Eine Runde noch. Ich kann nicht beitreten. Ach, Leute. Eine noch. Lass uns Spaß haben. Letzte Runde, dann bin ich auch weg. Okay, okay, okay. Aber komm, ich würde schon mal das Imposter gewinnen. Dafür kriege ich nächste Woche Violett. Dafür kriege ich nächste Woche den kompletten Abend Violett. Deal. Okay, Deal. Ich meine, das ist ein Deal, obwohl du nie Violett nimmst. Letzte Runde. Letzte Runde. Das ist sehr interessant. Ich fand es auch nicht so schnell von Raphael und Till abgelassen, die von meiner Leiche wechseln. Schön. Das war ja jetzt nicht mal ein großartiger Deal, dass Violett nächste Woche Violett bekommt. Das hatten die vor dem Stream schon ausgemacht, dass sie nächste Woche wieder dran ist. Die wechselt sich einfach wöchentlich ab. Also das war ein ganz fantastischer Deal, den sie da eingeschlagen hat. Sie hätte auch einfach sagen können, und ich kriege die nächsten drei Wochen dafür Violetten. Das habe ich ja trotzdem Ja gesagt. Egal. Die epische letzte Runde. Man kennt sie. Ich wollte gerade sagen, vielleicht tötet jetzt ja jemand genau vor mir. Dankeschön, Fischi. Schnell. Nein, sorry. Wow, mir ist Mitleid. Wie ist es passiert? Ich danke meinen Eltern dafür und meine Oma. Guck, was ich erreicht habe. Es war mir ein Fest, es war mir ein Fest, deinen Platz einzunehmen. Ein bisschen. Also Leute, ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Kilian, wo raus. Wo ist die Leiche denn überhaupt? Also ich bin der Meinung, Sari, also gut, erst mal, wo die Leiche ist. Das würde mich erst mal mehr interessieren. Oh, Navigation. Da genau an dem Eingang, also das ist mitten im Kamerabereich auch. Also wirklich so fast die exakte Mitte davon. Also ich komme von Weapons runter in O2. Weapons. Nein, ich kann kein Englisch, das ist in Ruhe. Weapons. Weapons ist nichts Englisch. Er wird auch Dani genannt, also von daher darf er das. Egal, jetzt erzähl. Halt's den Maul, Uli, jetzt. Ich gehe in O2 rein, mache meinen Tars mit dem Laub. Sari steht neben mir. Ja. Fischhammer kommt kurz rein. Zwei Leute weg, geht wieder raus. In dem Moment geht Sari dann auch weg. Dann geht das Licht aus. Ja. Jetzt ist aber mal Sari tot und Fisch reported. Ich habe sonst keinen anderen Menschen dort in der Nähe gesehen. Das ist schade. Ich bin mir ziemlich sicher, als du es dann warst, weil ich bin da reingegangen, weil ich noch in der Karte war, am gucken, ob ich da Tars habe. Nö, keine Tars. Bin ich zur Navigation weiter. Habe dann da vorne das mit dem Fadenkreuz in die Mitte ziehen gemacht und dann Wires gerade. Und als ich in Wires reingegangen bin, hat halt kurz der Button aufgeleuchtet. Ja, dachte mir, scheiße. Bin mir rausgegangen, bisschen nach links gegangen, konnte ich reporten. Ich stehe ja immer noch in Auto drin. Wie soll ich da Navigation machen? Wir machen eine lustige Runde, Max. Keiner von beiden lüge. Wo du noch in Auto stehst? Keiner von beiden lüge. Ich blicke halt gerade überhaupt nichts mehr. Das ist ganz einfach. Einer von beiden ist der Imposter. Oder beide sind es nicht. Wo ist denn der Rest? Also, ähm... Ich war gerade im Reaktor mit... Storage, da war auch noch irgendwer mit mir. Ich war Storage. Okay. Ich bin im Moment in Coms drin. Ich habe auch nur Friendly gesehen. Ich habe Katze nicht gesehen, aber das wird... Ich bin gerade am Müll. Ich hatte schon die ganze Zeit Angst, dass ich jetzt sterbe. Das Licht war ja auch aus, deswegen kann sein, dass es mich... Wir sind doch zur Reaktor, wie Uli gesagt hat. Ich war gerade übrigens in Electrical und wollte... Wie bitte? Du warst in Electrical und wollte gerade anmachen. Warte, was? Ich war... Ich habe einen Ebeler bestanden. Ah, habe ich gesehen. Du bist vom Medbay rübergekommen. Warte, was? Nein. Okay, das wird seltsam. Also... Seht ihr, deswegen töten alle Uli, weil Uli... Nein, egal. Wir haben nicht unbedingt einen direkten Verdächtnis. Wir haben keinen Beweis, dass es noch genug Leute am Leben ist. Aber wir können ja erst mal Daniel und Fischheimer vormirken als theoretische Imposter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fischheimer ist, weil es ist sowas so schnell. Es kann gar nicht anders hingehauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht ist, weil ich würde nie im Leben vor der Kamera töten, weil ich weiß nicht mal, ob man dann nicht trotzdem dadurch alles sieht. Man kann nicht durch die Kamera. Ja. Also. Na gut. Dann machen wir halt eine entspannte Runde Geister-Gameplay. Wir machen unsere Task so schnell wie möglich durch und dann verfolgen wir noch den Imposter. Von allem wissen wir es ja jetzt. Vielleicht kriegen wir den zweiten noch raus. Vielleicht bürtet der irgendwie direkt vor uns was oder so. Weg. Und dann gehen wir hier schön auf den Scanner. Bei uns sind Erebos und irgendwer Ach, King Uli ist das. Und Friendly. Die müssen wir später wieder. Electrical müssen wir noch hier hin. Station war schon. Jo. Jetzt habe ich den Reaktor vergessen. Dann machen wir den zuletzt. Hallo, Danny. Hallo, Danny. Nello. Mann, ey. Oje. Ey, Uli lebt ja immer noch. Grüß dich erst mal. Ja, aber das... Das funktioniert aber auch nur in der Scheiße machen. Nein, das muss ich nur in der Scheiße machen. Also, ich war mit Kilian und Uli. Mit dem beiden Weißen. Ich war ganz alleine mit Kilian. Ja, ich habe eben wieder reingeguckt, weil ich gewartet habe, einer von meinen Weißen. Da war kein anderer. Moment, wo ist denn die Leiche? Doch, ich war da. Warst du nicht? Doch, ich bin raus. Nein, du bist wieder reingeguckt. Raphael, du warst da echt nicht. Schreibt einfach in den Chat. Was war ich nicht, Alter? Ich habe euch auf dem Wind rumspazieren sehen irgendwann. Ja, warum nicht? Ich war da. Ich habe das. Schreibt einfach in den Chat. Ist jetzt gut. Lass erst mal was machen. Nee, ich schreibe es jetzt in den Chat. Ich vote auf dich einfach. So. Wo war der Wut? Okay. Ich habe nicht wirklich jemand anderen da rumlatschen sehen. Ich bin halt in Weapons rein und habe da eine tote Violet liegen sehen. Ich habe eine Vermutung. Ja, was ist denn deine Vermutung? Friendly, sagt er. Er war in Electrical. Er war aber nicht. Ich bin safe in Electrical. Dann ist mein Schluss. Ich habe gesehen, wie du und Kili hat auf dem Vent rumgetanzt. Wir stehen aber nicht auf dem Vent. Wir sind in den Rektor. Ihr seid nicht Rektor. Ihr seid in Electrical. Ihr seid ganz sicher nicht Rektor, weil da bin ich gerade. Ihr seid garantiert nicht in Rektor. Ich habe später noch die Lies gefixt. Da hat noch jemand anders mit dem Rektor gespielt. Ich habe gerade auf die falsche Map geguckt. Bleib doch mal ruhig. Oh Gott. Wenn ich jetzt meine Information einfach aus den Streits rausziehe, dann sind es Friendly, Uli, Fishhammer und Danny alle Türen. Warte, warte mal. Fishhammer ist nicht in Electrical gewesen. Ich habe auch nie gesagt, dass ich eine Electrical wäre. Aber Fretty war da auch nicht. Ich war da. Nein. Doch. Ich nackt ist es gar nicht. Okay, dann passen wir zu... Was? Ich habe gewohnt, ich bin besitzt da. Also Raphael und Uli und Kilian waren zusammen in Electrical. Nein, ich war da. Kilian da, immer noch. Nein, warst du nicht. Ich glaube, Raphael, dass er war mit der Electrical. Doch, ich war da. Wo waren denn Danny und Pommes? Laufstamm. Ich habe Videobeweis. Okay, habe ich nicht, aber ich könnte Videobeweis haben. Wo waren denn Danny und Pommes? Ich war in Electrical. Ich wollte gerade durch den Electrical gehen. Also kann ich die Theorie von den drei nicht bestätigen. Wie ist denn noch einer, der das nicht bestätigen kann? Der kann aber nicht bestätigen, dass ihr da wart. Ich bin der Einzige, der bestätigt, dass die da auch nicht bestätigen, Mann. Was ist so? Er ist auf meiner Seite. Nein, das verstehe ich nicht. Wo warst du denn? Ich war in Weapons. Äh, nicht in Weapons. Ich verwechsel die immer. Shields. Boah, ich hasse das. Ich verwechsel die immer. Oh, komm. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. What? What? Was ist das, was strange? Äh, mein Vote wurde nicht gezählt. Aus irgendeinem Grund. Was? Hast du mich auch gewartet, oder was? Nein. Ich habe Skip gewählt, aber es wurde nicht gezählt. Ah, der Arme. Okay, wir machen noch kurz unsere Aufgaben fertig und dann gucken wir, was unser Kinder Maxi King hier fabriziert. Reaktor. Also, dass wir in die Tasks zugehen. Ich habe so einen Erbsen hören. Ich kann mir das nicht merken. So, und noch nach Navigation die Power akzeptieren. Oh, Pommes, du bist gleich. Moose. Kartoffelbrei. So, dann verfolgen wir mal Max und mal gucken, ob wir den zweiten Impostor irgendwo zufällig finden. Bist du schon tot, Pommes? Wurdest du hier irgendwo getötet? Nein? Hallo, Max. Na, spürst du den geisthaften Hauch der Katzenöhrchen? Ah, ah, ah. Du kannst Fischi nicht töten. Fischi ist einer der Verdächtigen. Die Leiche liegt zwischen Security und Reaktor. Und ich kann auf jeden Fall Uli und Kilian safe, weil die sind bestimmt 35 Sekunden in Electrical, weil ich mich einfach dazugestellt habe. Hä? Ich bin nicht mal einmal in Electrical die Hunde reingegangen. Ja, ja, ja. Du, als du sagst, ich habe noch gleich komplett gecolt. Es sind Friendly und du. Ich habe schon einfach angecolt. Ja, alles klar. Leute, das ist jetzt vielleicht doof, aber Uli ist immer noch am Leben. Ich will es nur sagen. Ich will dir nichts sagen. Was ich noch als Frage habe, Pommes, du warst ja auch einmal kurz Electrical wegen Lichter ausmachen, ne? Hast du links um in die Ecke geguckt? Ja, ich kann einmal anmachen. Hast du zufällig links um in die Ecke bei Electrical geguckt? Ja. Das war nix. Hast du diese beiden Klangspach haben? Doch, da waren zwei Leute. Ich weiß nicht. Nein. Doch, da waren zwei Leute. Nein. Wir stehen ja schon seit Anfang des Spiels. Aber Moment, Moment, Moment. Wann? Wann hast du da zwei Leute gesehen? Ja, das wäre eine Frage. Ich bin in Electrical rein, weil ich drei Tasks hatte. Als Lates wieder angegangen ist. Fünf Sekunden. Moment, lass den doch ausreden. Lass ihn doch bitte ausreden. Ich habe meine ganzen drei Tasks gemacht, die ich bei Electrical hatte. Kabel fixen, etc. Ja. Sind die beiden Leute reingelaufen? Stellen sie sich links in die Ecke und ich denke mir so, ja gut, das haben die jetzt schon 20 Minuten vorher gemacht. Ich dachte mir, da sind nichts bei. Stell ich mir einfach dazu und guck mal, was passiert. Dann sind die Lichter ausgegangen. Bin ich runtergegangen. Lichter wieder angemacht. Mit Pommes. Geh wieder hoch. Stehen die beiden immer noch da. Dann geh ich wieder raus. Das muss ein Bug sein in deinem System. Das weiß ich nicht. Halt den Maul jetzt. Das weiß ich nicht. Geh raus. Geh wieder hoch Richtung Security. Und komischerweise liegt da eine Leiche. Aber wieso soll der Kieler noch nicht im Poster sein? Komischerweise ist es ein Fischhemmer, den ich am Anfang verdächtigt habe, um mir das in die Schuhe zu schieben. Jetzt müsst ihr das mal rausnehmen. Das heißt, es kann sein, dass es beide sind und dass sie rübergewendet. Also, dass einer von beiden und das rübergewendet ist. Das geht gar nicht. Das sind definitiv beide. Nein, das ist definitiv die. Nein, Nein, Wir waren eine Reaktion am Anfang. Wie sollen wir das in Weapons gemacht haben? Das ist Danny. Self-Report. Nein, das ist Self-Report. Ich bin immer noch für Kati. Warum? Wer mich jetzt rausfügt, hat das Spiel nicht verstanden. Nein, du weißt. Es gibt nichts, was mich irgendwie verdächtig macht. Ich habe so wenig Überblick gerade. Ich finde halt, die Runde ist extrem chaotisch. Alle schreien dicheneinander. Es ist irgendwie... Also, das heißt, das heißt, Uli und Kilian werden gerade beschuldigt von Danny, weil sie die ganze Zeit oben links standen. Das ist komisch. Uli beschuldigt jetzt Danny, weil Danny Uli beschuldigt. Nein, ich habe es schon, ich habe nur eine Runde vorher, Danny. Ich habe es im Urin. Ja, aber Pommes haben... Beschuldigt mal einfach so. Darf ich mal erklären? Nein, du hast schon die ganze Runde nicht mitgegeben. Sie haben im Stream gesehen, wie Danny getötet hat. Ja, natürlich. Nein, ich habe es aus Versehen gesehen, das war nicht mein Absicht. Ich wollte mal gucken, was da abgeht. Nein, du bist eine Gülle, Junge. Lügen kannst du echt gut, Wie Danny getötet hat. Lügen kannst du echt nicht. Im Stream bei Zari. Kiki, entweder Trau für mich, ist ja logisch. Nein, der hat sich wirklich gesehen. Das tut mir auch leid, ich wollte es nicht sagen, aber wenn du gegen mich schießt, dann musst du auch. Also, ich will Uli. Ich will auch Uli. Nein, ich habe Danny gesehen, wie er im Stream getötet hat. Ich bin es nicht. Es ist so safe. Pommes hatte ich auch gesehen. Nein, ich bin es nicht. Es ist so safe. Ey, ihr seid, ey, ihr seht ihr Inter. Ich habe es doch gesehen, wie Danny getötet hat. Mann, ihr Inter. Wir haben gewonnen, gleich Amazicall. Selbst wenn du es gesehen hast, wäre es fair, weil du dann geschummelt hast. So, und ich will Uli nicht. So, dann gucken wir doch mal, ob wir den Max noch mal finden, um es mit den Worten von Gnu, beziehungsweise, wäre es jetzt Papu oder Sterzig? Ich glaube, ein Papu zu sagen, es muss der Max sein. Ach, Pommes, jetzt hast du dich aber richtig zurückgelegt, oder? Wieso, Kilian? What? Wieso? Ich war so unnüßlich, dass diese Runde so chaotisch war. Nein, Pommes hat nichts gemacht. Ich habe mich zu tragen, Uli. Wieso haben die mich rausgewählt? Weil du mich letzte Runde getötet hast. Also, ich habe, kein gevotet, ne? Ich habe mich da rausgehalten. Ich habe nur gesagt, dass du nicht da warst. Ich war aber da. Okay. Da das jetzt sowieso die letzte Runde war, möchte ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. und es war mir eine absolute Veranstaltung. Das war mir eine absolute Veranstaltung, dass wir eine Bedeutung haben. Und polarisch? es war mir eine absolute Spaß,